Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Mörder, zusammen mit dem einzig wahren, den unfassbaren krassen Chronix. Den unfassbar krassen. Leute, was geht? Ihr wollt nicht wissen, wie spät es ist, wenn ich unser Malus im Video aufnehme. Ach, wirklich? Ich bin innocent. Ich... Oh. Volle unschuldig. Ja, ja, ja. Ich hab meine Unschuld schon vor Jahren verloren. Deswegen ja. Ja, das Spiel hat sowas von... Ja klar, du warst ja auch dabei. Hä? Wann? Davon wüsste ich. Was ist der unten, oder was? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt war es mal wieder komplett. Oh, ich hab's. Und mit Schiff kannst du es wieder verlassen. Ich will es nicht verlassen, ich will fahren. Oh, dann... Stimmungsschalter? Stimmungsschalter. Achtung. Und, auf, und, auf. Sind wir etwa wieder auf meiner Luxusjagd? Ich dachte, die hat mich abgefackelt. What the fuck? Es war eine Flasche Champagne zu viel. Und ich dachte schon, du hast eine Flasche Wodka getrunken, weil das mach ich ja ständig. Na klar, weil kein Wodka mehr da, nachdem du die Party gestürmt hast. Stimmt. Ah, ich erinnere mich. Scheiße. Alles, was alkoholfrei war, hat der Paul ja reingezogen. Dann hat er gekotzt, weil es alkoholfrei ist. Hi. Hier, der Stimmungsschalter. Und... Ich hab das Gefühl, das mal wert ist. Ich werd nicht unschuldig diesmal. Du bist die ganze Zeit nicht unschuldig. Du bist... Ich so, weil ich den Stimmungsschalter anfasse. Und, auf, und, auf. Ja, genau deswegen, ja. Ach, scheiße. Oh, fuck. Wo ist denn der? Der Stimmungsschalter. Wo ist der? Wo ist er? Bist du tot? Ich wollte vergiftet. Alter, geil. Oh, Dinger, morgen ist... Na doch, morgen ist Montag. Hey, morgen ist Sonntag, du... Achso. Ja, du... Wer hat hier die Brille auf? Wer weiß, wo es lang geht? Der Typ hier. Hey, hier ist ein Mädchen, das teastert an, das ich mit dem Pool will. Aber die kommt nicht. Hi. Was ist los? Meine Hose wieder runtergerutscht? Nee, das ist es nicht. Hi, Semanus, kommt doch mit in den Pool. Hi. Oder ist der Gelb? Nee, ich hab nicht reingepinkelt. Ah, was machst du? Puh, hei. Der wollte nicht die bangen. Ja, ja, ja. Ist das da hinten eine Semanus-Leiche? Nee. Nee, nee, ich bin nur nicht tot, ne? Nee, die findet man ja heutzutage nicht mehr so häufig. Also, ich hoffe, es hat dieses Video gefallen. Ups. Wenn ja, dann lass mal einen fitten Daumen hoch da. Seid unbedingt meines Kanals. Schaut bei Chronix vorbei. Der ist in der Videobeschreibung, hoffentlich. Weil ich es nicht wieder vergesse. Und haut da rein. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.